wieder unten gespawnt oh da ist doch kevin ich glaube kevin ist wieder auf K ey deswegen stand es nur kurz rum ja ich glaube nicht direkt aus bei dir ich bin voll und ganz ich halte mich von mir NEIN oh mein gott warte ok haben sich Muka und Perry gegenseitig weggehauen irgendjemand hat sich gewollert Leon 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 hab ich schlicht noch mit dem Fass bekommen ja ich sag du ey Jan wo bist du wollen wir Freunde werden ja klar ok wo wollen wir uns treffen Alter ich seh nix mehr WTF ey wenn man angeschlossen wird sieht man ja gar nichts ey Mann ich bin immer Traitor wenn ich eigentlich grad so ne Selbstmordaktion vor hab ich war immer direkt daneben und hast grad gesehen ey Muka bei dir liegt es einfach daran dass du immer ne Selbstmordaktion vor hast ja normalerweise ist es so der Typ der das fast trägt der kriegt nie so viel Schaden wie die anderen ja 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 weil du nein nein du kannst du überlebst das normalerweise weil wenn du trägst ist ja so ein halben Meter dazwischen aber wenn du genau an dem anderen Typen stehst explodiert der so ja Jungs alles klar bei dir? nee bei dir doch geht schon oooooh Hallo ich verirr mich hier immer na alles klar ok Peri oh Gott der killt ja nicht jetzt noch mit der Shotgun ey mit der Sniper meine ich wenn ich dich dann sag Muka war's Muka war's was ich bin ganz eingeworfen Alter WTF Peri sorry ja jetzt heil mich mal bitte puch das ist aber knapp was war das denn jetzt was stopp stopp Alter ist schon ein bisschen ich glaub Peri ist Traitor ja ist die Tick glaub ich aber auch ey Niklas 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 ja weißt du er kommt so an erst mal mit der Schrotflinte hinterher ja ja Matze ja ja Variation Trusted ok lol lol boah haha Junge hehehe 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 oh man das ist doch die Leiche das bin ich geh weg von mir ich geh weg von mir ich glaub Fabi ist Trusted na 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 ach so ja Trusted bin ich ja hehehe da muss er versuchen zu blocken hehehe ganz billig hehehe kann man kurz hier immer noch ein Zeichen geben ob hier noch immer noch hier ist noch Shadows go Fabi go Fabi yo Fabi go NEIN Fabi hehehe Fabi ist das dein ernst nur mal rein aus Neugier ist das dein ernst hehehe 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 war jemand unsichtbar gewesen er hat doch aufgehört ach mensch lol hehehe Shadows die Leiche hier hinten sehen geil aus lad nicht nach bist du wie doof irgendwas lädt hier die ganze Zeit nach ich hätte gleich Soundpack mit der Counter Strike oh oh das könnte spannend werden das könnte es werden oh Fabi geh doch runter weißt du wo du bist? weißt du wo du bist? ich weiß nicht wo du bist hehehe Support Fabi für inkompetenz hehehe Matze 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 was sagst du eigentlich zu deinem Tod ja jetzt zeig dich mal endlich hey ich darf dir erst da drunter bist du ja ist schon irgendwie die ganze Zeit so dass mir irgendjemand über den Weg läuft und mir anschießt sowas wie Perry zum Beispiel der mal als Detektor hinter mir steht und einfach mal los schieb okay mach Zeit ich hab wirklich so schönen Dings du bist doch vorgesprungen du hast voll Glück gehabt ne Perry warst wieder vorgesprungen ich stand still vor dir und du bist hielt er mich vom Osten und hast da ab hä Perry ich Matze Matze ich hab dich getötet ne na warum ging's denn ich war fast gar nicht ich wär sonst nicht da in der Halle stehen geblieben aber Perry kam so an und dachte so oh lass mal mit der Schrubflinte einfach mal in den Rücken schießen weil frontal ist langweilig und wenn schon dann direkt von hinten auch er kann ja mal passieren aber nicht vom Detektiv aber nicht vom Detektiv aber ich hab alle Leute schon so schön aufgehängt ey das war schon so super das ist echt gut gemacht du hast nur zwei aufgehängt hab ich dich nicht aufgehängt? ich hatte gar keine Zeit für nur Kevin und mich hast du aufgehängt wow warte das war einer gestorben das muss ich mir angucken ach nein dieser dumme Vorstuhl alter und schon wieder Kevin Traitor lol da war Kevin was ist mit Kevin passiert? was ist mit Kevin passiert? oh da ist einer gestorben ja das war Niklas war ich nicht das war Niklas der ist gerade wieder zurück gerannt Richtung Traitor alter der killt mich bei drei Personen und irgendwie hat das nur einer gesehen bist du ihn? ich hab keine Ahnung ich bin es nämlich nicht werfe nur weiter gerannt kam der Schuss auch nur von da ich bin nicht aggressiv ok ich bin nicht aggressiv ich bin nicht Traitor ok bereitige mich jetzt nicht ey Kevin ist deine Mama wieder da oder wieso kannst du nicht sprechen? ey meine Mama ist nicht da wieso Kevin wie ist das so als Traitor zu sterben wie ist das als Traitor zu sterben wie ist das als Traitor zu sterben oh mein Gott ganz am Anfang der Gründe WTF der ist schon ziemlich scheiße der weiße weil man einem Traitor-Kollegen ja nicht helfen konnte war der Traitor? der kann ja ein Traitor gewesen sein guck mal Fabi so voll spacklos mit so einem zum Fass kommen und dann zu mir geworfen der ist durch den Fass gestorben der ist durch den Fass gestorben wer war denn da hinten gerade noch bei dir? achso boah also Peri der hinten auch immer bei dir ist oder wer da hinten noch bei Peri ist mann dieser Shadows oh ist das weiter oder? oh mein Gott oh mein Gott ist das Shadows 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 Hallo Matze nice random kill Matze okay Shadows ist es ah nice das hat wirklich noch geklappt oh nicht schon wieder das ne Boah dieser Shadows der schafft es 5 Minuten lang irgendwo am Arsch der Welt rumzulaufen ich will dieses nachladen jetzt 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 alles gut eigentlich nein oh man und Fabio hat es immer noch nicht gecheckt oh fuck Alter ich hab mir voll die Bugs manchmal taucht da so ne Waffe auf ich weiß ich weiß ich verpöse doll du rennst von mir weg warum kommst du nicht mal her ja wieso sollte ich er schießt das ganze game lang mit der AK und keiner merkt das man ja doch ich aber dann muss Matze mich ja random killen ja oh ne boah Niklas du bist so schlecht oh mein Gott Matze nice random kill hast du das fast gesehen ähm ja waren wir nein nein überhaupt nicht naja du warst da hinten bei dem äh hey Peri ich hab dich nur KOS gesetzt was daran ein Wendet ist dann standest du da es waren noch vier Leute im Leben und die anderen haben sich gegenseitig beschossen ich sag dir dass ich dir mit der AK rumschießen höre und du reklamierst das ich hab dich KOS gesetzt Peri das war einfach voll ja aber wenn die vier Leute waren dann ist halt einfach so Peri am Anfang schon RDM oder ja das heißt du hast auf gut Glück mich getötet das nennt man random genau deshalb spiel ich da nicht so gern ja aber wenn mein Peri am Anfang wäre ja Leon ach shit ich hab das aber Rend geschossen yo naja da heiß ich lösche es oh hi Kevin ah ne Smoker hi Mortar komm Crowbar Fight BAM ok 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 ein Traitor ist ein Traitor ist ein Traitor nein oh aah was hast du da geworfen was hast du da geworfen ich bin nur Smoggrenate guck ich bin proven oh Gott ey nicht auf mich haut Es brennt Nein Nein Geh weg Ey was ist los Hallo Wer ist das Du hast auf mich geschossen alter Oh man Ich habe nur 1 HP Irgendjemand hat mich angeschossen hier Wieso liegst du noch WTF Oh man das war so gut Ich bin so gut wie tot Hallo man zu töte mich Ich bin so gut wie tot Oh man Außer mir ist aufgefallen wenn man das Messer benutzt dann ist es weg Ich weiß nicht Ich wollte das Fass eigentlich werfen Aber nein ich stell es dann vor Du schießt auf Wenn du es rechts nimmst dann Wurfst du es Ne ne ich habe es mit links klick gemacht so Zwei mal zugestochen dann war es weg Hast du ihn getötet oder wie? Ja ja Dann ist es auch mal weg Dann super Und Kevin ist 2mm daneben und wer merkt das einfach nicht Kevin merkt gar nichts Ich dachte der haut mit der Crowbar man sei mal leise Ja und dann selbst dann da hat er mich trotzdem getötet Echt man Kevin war glaube ich Der Kevin war glaube ich selber Ein Traitor oder nicht Ne ne der ist ja gestorben Oh mein Gott Oh Mordak Oh Mordak Oh Mordak Oh Mordak Oh Mordak Oh Mordak Mich bitte gerade mal nicht töten Oh Gott Harry Cowers Harry Cowers Harry Cowers Harry Cowers Harry Cowers Oh er sagt du spielst in einer ganz anderen Liga Baaah scheiße er wusste es Nein Nein Oh du bist ein Detective Vielleicht hast du das Leben aber nicht gemacht Nein du stirbst du stirbst Ok tu es Sag ich doch Oh Mordak Vergiss dich jetzt Harry 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 Er ist sogar Traitor Wer hat mich hier angehauen Shadowsgiving Nein das war ich nicht Shadowsgiving Oh wow Kevin ganz weg schnell Ganz weg schnell genau Ey geh mal da um die Ecke Hahahaha 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 Ey 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 Ihr Bein ne Guck mal ich töte mich und ihr seid die letzten Bein Wahrscheinlich sind wir nicht über die letzten Bein So ein Troll der Mucker Hahahaha Ich töte mich jetzt trotzdem Boah Oho Das geht halt halt Hahahaha Oh Mann ey Hahahaha 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 Der Matsu der sagt das immer wenn er Traitor ist und AFK ist Sagt er immer so Bitte bitte nicht Ich hab Matsu Schuld durchschaut Hahahaha Ja Mann ich hab die Schlachtgang bekommen Wie hab ich sie weggeschluckt? Ah Ferry hat sie nicht bekommen Wer da ist die hier Der will mich die ganze Zeit mit dem Ding da weghauen Das würde ich niemals machen Hahahaha Oh Gott Hahahaha 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 Wie hast du das denn überlebt? Hahahaha Ich weiß es nicht Hahahaha Ok komm her Fabi Komm her Fabi Bleib stehen Du nimmst jetzt Die Waffe Was? Du hast ernsthaft geschossen? Hahahaha Ja in die Luft Parry Parry schieß auf Fabi Du hast gerade ninsen Parry 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 ist es Hahahaha Ok Guck mal nach Wer hat den jetzt getötet? Parry ist es auf jeden Fall Wir haben auf jeden Fall zu dritt drauf geschossen Dann kann es nur Shadows oder Kevin sein Ey ich war gerade gar nicht bei euch Ja deswegen einer von den beiden Ja Shadows war da Matze, Matze, Mario und ich hab auch was geholt Fabi Nein Ding ich war Ja natürlich Ja aber einer von euch beiden muss es ja Ja dann Wieso hast du den nicht einfach getötet? Dann wäre das unauffälliger Zumindest am ehesten sind wir es nicht Darf ich schon kurz vorbei Ja das hab ich mir nachher auch gedacht So ordentlich Wäre ich den getötet Dann werde ich prüven und dann hätte ich Einfach gewartet bis ihr euch gesetzt Wer schießt du gerade? Ok Matze hat auf mich Matze hat auf mich geschossen mit der Golden Garn Matze Ey dann ist es Fabi Ich hab ihn Nein ich will es nicht Ich hab ihn grad getötet Boah Fabi oh mein Gott Joah ist klar Nein Ich hab's ja wirklich nicken Alter wie viel Glück der Fabi haben kann Hab ich euch ausplayed Hast du gut gemacht Mmmmm Jo Leute ich hoffe das Video hat euch gefallen Wenn ja dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da Oder kommentiert das Video Hier oben habt ihr jetzt nochmal ein DayZ Video Und unten den letzten TTT Part Haut raus